Wie gehen Sie da momentan mit dieser Lage um? Naja, wie wir umgehen, wir können nur weitergeben, wie die Firmen reagieren letztendlich. Wenn wenig Investitionen oder wenig Verkäufe an Neugeräten möglich sind, versucht man eben über Wartung und Service da noch einigermaßen im Geschäft zu bleiben, da neue Konzepte anzubieten. Der Betrieb der Maschine wird immer mehr ein Thema. Also auch was Industrie 4.0, Online-Verfügbarkeit angeht, das sind so verschiedene Themen, wo man da eben auch mit den neuen Trends aufgreift, um dann, wenn die Branche wieder anzieht, eben auch mit neuen Themen parat zu sein. Vielen Dank.